No. Okay, ich gebe es dir ehrlich zu. Ich habe im Moment so ein Lachproblem. Das heißt also, Lachen kann ich gerade nicht. Ich weiß auch nicht über was. Und doch, ich weiß schon über was. Ich wollte euch noch mal ganz kurz diese kleine spanische Tonleiter vorstellen, die man so zum E-Dur, F-Dur, G-Dur-Bereich da einfach spielen kann. Also, ich bin ein bisschen gespannt. Aber eigentlich völlig easy. Von meinen Workshops kennen das einige Leute irgendwie, also wie ich sage, das E-Dur, aber ohne Zeigefinger und dann einfach F und unten leer lassen, wenn es geht und einfach das Ding verschieben, wieder zurück und wieder diesen E-Dur. Ja, motherfGerchen. Erstarrischen! Ja, das ist doch Harsh. Ich liebe euch! So, mach das erst. Once eigenes Halloween? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020